herzlich willkommen zu einem neuen video von simple life stories heute kommt der mond ins bullet journal dafür benötigen wir ein bullet journal natürlich und zwar ist das das scribble set matter dann brauchen wir noch ein bleistift set so hier ist meins dann nehmen wir natürlich das stempel kissen und die passenden stempel dazu das akut stempel block set und den mond aus dem anderen video dann brauche ich noch meinen micron fineliner und natürlich ein bisschen klebe um den mond auch ins bullet journal zu bekommen und jetzt geht es auch schon los erst einmal schauen wir uns scribble set matter das bullet journal an und naja da wirst du direkt entdecken dass das ein richtig schönes buch ist allein schon der umschlag ist richtig schön hier kommt gleich mein mond hin und das ist so die anfangsseite wo du deinen namen reinschreibst dann kannst du einen key erstellen welche symbole wofür stehen dann haben wir natürlich noch den index und dann ja noch eine seite index aber dann dann ist es auch alles leer und das ist auch richtig schön also hier im bullet journal besteht ja eigentlich daraus dass man es gestalten kann wie man denn möchte und genau dafür ist das hier auch gedacht es hat zwar so ein dot grid das heißt es sind so ganz viele punkte und du kannst auch gerade schreiben dadurch aber man sieht sie kaum das papier ist richtig schön dick und man kann da er sich richtig austoben ganz kreativ zu werken und es ist wirklich nichts weiter drin hinten sind noch ein paar schöne dudels aber das war es dann auch schon und das finde ich eigentlich so schön an diesem buch nämlich ja es ist nicht viel drin es ist einfach von mir zu gestalten ja und los geht es wir wollen jetzt genau die erste seite gestalten und ich habe mir überlegt ich nehme den mond den ich im anderen video erstellt habe und pack den jetzt hier rein ich hatte den vorsichtshalber mit den brushbands auf aquarellpapier gemalt einfach damit das nicht durch drückt aber ich glaube da brauche ich hier überhaupt keine sorge zu haben weil das richtig schön dickes papier ist und den hatte ich dann noch ein bisschen nach bearbeitet und jetzt ist er fertig und kommt hier ins bullet journal dazu kommen noch ein paar stempel da rein ich habe gedacht so ein paar vögel die hier entlang fliegen und natürlich noch ein paar sterne die müssen auch sein also erst einmal hinlegen ja ich möchte das natürlich schön haben deswegen gucke ich vorher wie es aussieht also der mond wird fest geklebt und ja einfach ein bisschen klebe drauf und dann oben rein so rum wie du ihn haben möchtest ist völlig egal wahrscheinlich sieht dann auch komplett anders aus auch das ist überhaupt kein problem ja und sobald der jetzt richtig schön klebt nehme ich dieses acryl stempel set dieses block set und suche die richtige größe aus für meine stempel weil so ganz so groß muss es ja dann doch nicht sein kann man das einfach besser handhaben dann klebe ich mein silikon stempel also ich klebe nicht wirklich ich drücke ihn da drauf und dann wird auch schon losgestempelt das ist toll man kann sich die stempel immer individuell zusammenstellen was immer man gerade benötigt also packe ich meinen stempel da drauf nehme ein bisschen stempel farbe auf und dann wird auch schon losgestempelt so zwei vögel genügen jetzt erst einmal meine inspiration war dass die beiden im gegenlicht vor dem mond fliegen und dann das ganze so schönes silhouette ergibt und deswegen halt nur zwei und auch in schwarz und da kommt auch gar keine farbe rein und auch die sterne die werden jetzt hier einfach so hingescribbelt also einfach so so dudel mäßig einfach ein paar sterne mit bleistift reingekritzelt man könnte das ganze natürlich jetzt noch farbig machen ich lasse das jetzt erstmal so und dann natürlich noch startdatum mein name kommt da noch ein und dann ziehe ich das alles mit diesem mikron feinleinern nach ich mal das erst einmal euch schreibt das erst einmal mit bleistift vor auf diese weise kann ich eventuell was was nicht so schön aussieht noch mal weg radieren und noch mal nachziehen weil nun ja es ist das erst die erste seite des journals das soll auch schon schön aussehen also name rein datum rein wann es endet weiß ich natürlich noch nicht erst einmal brauchen wir ein startdatum mein erstes eigenes journal wir haben natürlich ein gemeinsames das heißt natürlich wir haben ein gemeinsames bullet journal das ist mal was anderes aber das hier ist mein eigenes bullet journal ja ich hoffe dir hat die review gefallen und ich sehe dich im nächsten video �ber und Untertitelung des ZDF, 2020